Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dein Leid. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane, danke für alles, was du für uns tust. Ich... lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Ja, ich bin ein bisschen verwundert, weil wir haben jetzt ein paar Tore anders aufgehört. Wahrscheinlich kommen wir halt immer hier hin. Äh, ja. Cricket-Schläger, das nehmen wir alles. Ja, komm. Ach ja? Ne, ich habe meine Gitarre. Mit der laufe ich rum. So. Bis in die Richtung. So. So. Was ist das? Brauche ich jemand Hilfe oder so? Ja, ich würde ja. Danke. Bitte. Und tschüss. Ähm, ja. Komm, wir verklocken die Säte. Warum hauen die sich gegenseitig? Interessant. Hä? Hab ich den nicht gerade gerettet? Ich weiß es doch nicht. Schon komisch. Ich habe ihn schon mal. Ist das sein? Mann! Ich hab jetzt mal 2 Minuten Ruhe? Nein, die wollen auch mitspielen. Müssen wir hier rein? Ich will nicht mit euch spielen! Nein! Guck mal wie du aussiehst! Hau ab! Oh, ein Päckchen upholen hier. Ich bin langsam ein bisschen blöd mit euch. Wo kommen denn alle her? Nein! So, ich muss da weiter. Kommt noch mehr! Ich bin jetzt bei der Hauptstation Elfie. Sende die Hauptschalltage! Sie ist in einem der Gebäude! Ach du! Komm! Komm! Wo? Komm! Ähm! Einer der Gebäude! Scheiße! Da hinten! Komm! Habe ich... Nein! Kann ich die ausrüsten? Dann gehen wir da hinten spielen! Ich kann mal da hinten spielen! Oh, ich kann mal da hinten spielen! Ich kann mal da hinten spielen! Das ist eben blöd! Ich habe gesagt, geht mal da hinten spielen. Geht da hinten spielen. Hint das spielen. Äh, so. Moment. Geht da hinten. Und was ist denn hier? Ich muss meine Waffe reparieren. Warte. Ich muss meine Waffe reparieren. 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 Äh, nein, Fertigkeiten. Ach, Ground Pound. Ein kräftiger Schlag auf den Boden bringt ihre Feinde zu Fall, wie während sie in der Luft sind. Wenn sie denselben Gegner mehrfach treffen, erhalten sie jedes Mal Schadensbruchs gegen Unholderammer und andere Spezialfeinde. Ein kräftiger Schlag, der ernst Schäden zufügt, aber mehr Ausdach verbraucht. Und werfen sie eine billige Nahkampfwaffe auf Gegner. Panzerhaut. Ich nehme mal das. Gut. Jetzt noch mal ein bisschen hier kontrollierter gucken. Von da sind wir gekommen oder sind wir da drüben müssen wir hin? Glaube ich. Mal zu Hause? Was? Aber ich bin richtig. Hä? Okay, wir gehen schlafen. Tür zu. Können nicht schlafen. Nachricht. Während des Tages nicht verfügbar. Okay. Wo haben wir? Oh Gott, morgens 10 Uhr. Wir sind hier richtig, oder? Und sonst gibt es nur da die Hütte. Und sonst gibt es nur da die Hütte. Dann haben wir mehr Zeit. So, wir sind zu. Dass wir dann so nachts mal kommen. Also nachts nicht unbedingt nachts direkt. Aber. Ja, jetzt ist Zeit verschwenden. Wir können ein bisschen hier sch... Ja, bitte. Ja, jetzt ist es. Oh, ich muss mal Zollnissen wieder machen. Da, da. Schon sind es weniger, aber. Da, da. 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 Da. Ja. Zeit vertreibt. Wohlzeit. Ich muss mal in... mal holen. Ich glaub ich hab kein Medikit mehr. Ich glaub ich hab kein Medikit mehr. Ich hab keine Medikit mehr. Das ist cool. Der fällt nicht. Was guckst du? Ja. Ja, der fährt. Was guckst du? Wollen wir ein bisschen was zum lupen? Ich schreck mich doch nicht so. Jetzt auch nur? Kein Problem. So, so nett, oder? Da! Geht das spiel! Da! Geht das spiel! Da hinten! Es kommt immer wieder welche. Jetzt gehen wir auf! Jetzt gehen wir aus! So! Geht da hinten spiel! Geht da hinten spiel! Geht da hinten spiel! So! Geht da hinten spiel! Geht da hinten spiel! Geht da hinten spiel! Geht da hinten spiel! Ah! Guck! Bleibt dahinten! Bleibt dahinten! So viele schöne Sachen! Ich hab euch gesagt, dahinten! Au! Bleibt dahinten! Bleibt dahinten! Nervt mich nicht! Zwei auf einen Streich! Bald haben wir sie! Alle! Oh! 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 wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Ruhe hier, ist auch was feines da liegen noch Päckchen das ist doch sehr schön, so viel Alkohol guti guti guti, da ist noch was ja, wir haben sie alle getötet seht ihr außer der, äh, der letzte komm was will ich alles tut, vor lauter langweilig aber hier war doch nix da hinten war es schon richtig schön was machen wir so lange da sind noch welche, da rennt noch mal eine Feuerzombierung komm, die lösen wir auch mal jetzt 4.734 Dollar haben wir was sind wir da wehs Was ist das? Nein! Oh, alle sind tot, du auch. Was soll das? Ja. Wir haben alle erledigt. Also eigentlich sinnlos, aber es war halt gut für Materialien. Das Blöde ist jetzt, ich kann nicht speichern, ich möchte gerne den Part beenden. Und wenn ich jetzt den Part beende, sind die alle wieder da. Ich kann doch nicht schlafen. Ja. Erst 20.02. Kann man mal ein bisschen gucken und Entwürfe. Plastikteile haben wir keine. Eine Schnur fehlt uns dafür, für die E-Gitarre. Klebeband fehlt uns. Plastikteile, Bratpfanne, Golfschläger könnten wir einen herstellen. Wenn ich wüsste, wie viel Schaden der machen würde. Böller. Die Grieche können ein paar herstellen. Ehe, die Katzen. Rouren. Dann habe ich dir auch die S contrache gesehen. Dann habe ich mir das. Dann habe ich mir das. Mir ist das immer ein kleiner 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 kleiner. Ich habe das. Ich habe das. eine kleine kleine Klamour. Das ist voll langweilig. Ach, da sind ja noch welche. Habt ihr Plastikteile dabei? Oh, du bist einer noch ein bisschen mehr. Okay, es wird lustig. Keine Lina. Was ist denn los? Oh, da bist du. Vollkraftstufe. Der braucht ein bisschen mehr hier. Offen geht's. Jetzt nicht mehr. Die haben nur immer Alkohol, die Rettung oder Geld. Eine Schnur? Schnürsenkel oder so. Haben sie nicht. Gut, ich weiß, das ist eine blöde Folge. Was soll ich machen? Okay. Wenn wir jetzt weggehen. Oh, wahrscheinlich die alle wieder da. Oder? Okay, gehen wir ein bisschen spazieren. Aber wohin? Oh, eine neue Waffe. Toxische Flechte. Toxische Flechte. Guck mal. Ja. Gucken wir doch mal. Oh, was ist denn das Grüne auf der Karte? Jetzt hat er angezeigt. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, was ist denn das? Hier ist er nur was. Händler. Ist da oben. Beschäftigung von uns. Mit dem Händler. Ach ja? Was hören? Stromkabel. Zeig mal. Das sind eine Kleinmisse. Erstmal alle Örtlinge stelle. So. Kaufe ich. Okay. Die Gitarre ist kaputt. Keine Ahnung. So. 91. Ne, ich nehme das. Ah, warte. Ah, Elektrizität. Machen wir das. Gut. Können wir sonst noch was machen? Abgehen. Schärmchen rein. Strecke rein. Vielleicht finden wir noch was anderes. Ja. So. Gut, aber ich muss den Park beenden. Egal. Du findest ihn ganz hart an. Keine besseren Angebote. Ja. Ja, genau. Schade, dass man nicht speichern kann. Aber ich muss jetzt den Park beenden. Es ist schon zu lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, im nächsten Park geht es dann weiter. Bis dahin. Bei mir gibt es Qualität.